Und er gibt wirklich alles, damit Berlin auch die lustigste Stadt der Welt bleibt. Mehrmals pro Woche ist der Kanadier Stephen Paul Taylor mit seinem Keyboard unterwegs und bringt den Menschen durchaus die ein oder andere Erkenntnis. Sie sind doch verrückt als ich bin. Ich bin nicht verrückt. Nee, ist klar. Was ist daran bitte verrückt? Die Kostüme übrigens alles Unikate. Das hier habe ich von einer polnischen Modedesignerin bekommen. Ich habe ihr dafür eine CD gegeben. Ach, und noch was hatte sie für mich. Na bitte, alles da, was man so braucht. Im Berliner Untergrund machen sich die Kostüme übrigens auch nicht schlecht. Da machte er vor ein paar Jahren dieses Musikvideo. Er kennt Berlin schon lange, aber vor ein paar Monaten ist er nun endgültig hergezogen. Hier seine WG in Neukölln. Mit dem Deutsch hapert es noch ein bisschen. Wobei, das Wichtigste hat ihm sein Mitbewohner Olli eigentlich schon beigebracht. Was guckst du? Bin ich ein Kino oder was? Oder was? Was ist passiert? Was ist los heute? Ja, was ist denn da los? Nichts weiter. Nur Stephen Paul Taylor auf dem Hermannplatz. Und er ist schon etwas aufgeregt. Denn folgenden Song von ihm wird am Abend eine Freundin von ihm covern. Abends in der Bar Mathilda. Nur für ihn. All for you. Ich liebe, was Leslie aus meinem Song gemacht hat. Sie hat eine tolle Stimme und hat den Song so viel schöner gemacht. Wie ein Vogel. Und dann hat er selbst auch noch was zu verkünden. Nein, diese Stadt wird er bestimmt nicht verlassen. Wieso auch? Ist doch die lustigste der Welt. Ich liebe es. Vielen Dank.